Tag Nummer 16 Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dem Was ist das denn? Ich bin der Einzige, der findet, dass der Baum irgendwie so die Hand dahin Das sieht aus wie eine Hand, die wohin gestreckt wird, wo sie nicht hingestreckt werden sollte Sonst kriegt man Rager von der lieben Angela Merkel Ich schlabere schon völligen Müll, ich hab gerade erst mal angefangen Oh du guckst zur Seite Du Lümmel, oh du Lümmel du Wo bin ich beim letzten Mal hingekommen? Ach ja genau, wir müssen den Clownie finden Clownie, wo bist du? Dem am letzten Mal wurde uns angedeutet, dass du hier durch das Haus stürmst Und das wollen wir nicht verpassen Denn du bist unser Held Okay, sei einfach, sei einfach ruhig Der Held im Innenfeld Wo ist er denn? Der Held im Innenfeld Alter, war der Rad tauschen, üben Wasch Immer Alter, selbst die, selbst die Rehrosen Die Rehrosen, ja Die Rehrosen, wo er da Das ist, wurde schon verbraucht War ich klar, ist für mich voll Gut, dass ich einen Pop-Schutz habe, oder? Sonst popst du den nur aus Versehen Ist ja eklig Okay, da ist keiner Wo finde ich den denn jetzt? Oh, so lecker Geräusche Der Clown ist wieder da Du bist eine linke Sau Hör mal, weißt du das? Ah, 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 diese Töter Ah, so süß, meine Haare sind nicht süß Gar nicht süß Ah, ah, ich hasse sie Ey, jetzt ohne Witz, ey Das geht nicht mehr Ah, aber das geht Ah, ah Wie kann die Uhr so laut sein? Verfolgt mich die Uhr, geht dann hinter mich Und dann bin ich mir voll erschreckt Und ich drehe mich um Und dann wieder Ist die wieder weg Dann macht die eine auf Zinu Einen auf Son Goku Okay So Ich höre Geräusche Ah, 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 so süß Ich gehe weiter Ah, das neue Gewitter Mein Hals juckt Vielleicht sollte ich mir Einen Rosti-Bong-Bong holen Oder sowas Hat der irgendwie einen Schlüssel da? Du hast doch bestimmt Irgendwo einen Schlüssel hier, oder? Ah, diese Quietscherei Die ist so süß, hör mal Wie kann man denn böse auf den Ah, ich bin ja nicht mehr böse Aber es wäre doch ganz lieb Wenn du mir sagen würdest Wo ich denn jetzt Der nächste Jumpscare is Hier schnicks Alles klar Hier schnicks Hallo Hallo Ist ja auch irgendwie jemand Jemand, der mir Angst machen könnte Wahrscheinlich Ich brauche hier gar nichts abzuleuchten Ich laufe so lange Bis ich den nächsten Hab ich das gehört? Nö Wahrscheinlich überlabert Bis ich den nächsten Jumpscare reinlaufe Und sobald das passiert Dann geht ihr den fälle Party ab, Alter So, ich fahre Party, oder was? Hunger Wollte ich denn hier nicht Party, oder was? Ist die im oberen Stock? Meine Haare sind schlimm, Alter Bestell mir mal einen Friseur, der mich nachts über attackiert Bitte Nee, bitte nicht Ich würde meine Frisur auch ganz gerne so haben, wie ich die haben will Eigentlich wurde ich mich schon lange bei der Neu so Nur weil dafür wenn ich so Der Wörter her weiß nicht, wie er dann so aussieht Moment War da nicht was mit dem kleinen Gartentor draußen? Mit dem Feldhof Ich höre mich selber Boah, geil, Alter Ich höre mich leicht selber Achio Achio Aber nur wenn ich da auf bin Das ist eine Knollz, ne? Wann bin ich denn schon mal leiser? Wann bin ich denn schon mal leiser? Wann bin ich denn mal leiser? Nicht lustig So gar nicht Oh Gott Keine Oh, die hält sich den Happy Place zu Ist ja langweilig hier Was hält die sich denen denn zu? Wann, was hat das denn? Ja, raste aus, Alter Oh, 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 oh Oh, meine Leben Nee, ohne Witz Ja, jetzt hör auf, ihr ist schwer zu atmen Hast du noch nie ein Telefon gehört? Wo ist mein Telefon? Wo ist mein Telefon? Ich jetzt brauche Hallo? Ich finde mein Telefon nicht Das ist da hinter der Lampe Nee, da komme ich jetzt nicht dran Ich lege mal auf Bis dann Nein, leg du auf So, alles gut Der Krankenwagen kommt gleich Ja, ich muss gleich in die Klappse Wenn das hier so weitergehen Kennt das jemand? Vom lieben Max Schradin aus Ähm, 9 Live Tiere mit einem Haar Eine Frau ruft an und sagt Dackel Das ist ein Dackel? Ja, jetzt werden sie mal nicht komisch Leute, jetzt werden sie mal nicht komisch Kein Wunder, dass wir noch nichts gelöst haben Wenn wir sie vor dem Fernseher sitzen und Quatsch erzählen Ja, so wie ich hier Hör mal Dann würde ich übrigens, falls mein Chef nochmal zuguckt Mein Chef hat nämlich meinen YouTube-Kanal entdeckt Guck dir das an Guck dir das an Das ist Nicht schlecht Echt Ich glaube, der immer 9 Live ist Unterschichten-TV Zum Teil Wo Unterschichten-TV war aber was anderes Aber die haben so dumme Leute da Das ist Entschuldigung Tiere mit einem Haar Und man ruft an und sagt Was gab's alles? Gepard Die Frau buchstabiert G-E-E-H-A-R-D Ja, das heißt G-Hart G-Hart Ja, sicher Wie der Penis Okay Eigentlich Nicht der Biertrinker Wär stolz auf mich Ich hab Penis gesagt Da freut er sich Der Biertrinker Lagt das Das kann doch nicht sein Es sah so aus Als wäre da ein altes Segelschiff Auf einem Riff an der Küste gelaufen Oh na Das kann doch nicht sein In welchem Zeit Alter leben wir denn Gibt's denn hier schon Schiffe Oder was Schau doch mal aus Mario Danke für den Tooltipp Ich meckere hier schon wieder rum Regeneriere ich Leben Jetzt ist gut hier Ohne Witz Meine Haare gehen mir auf den Sack In der nächsten Aufnahme Habe ich wahrscheinlich eine Mütze auf Wenn mir das so auf den Piss geht Ja, das rass sie ja aus Was geht denn hier Aber echt Da rufen Leute an Und sagen Bei Tieren mit einmal Haar Gepard Gepard Wie Max Schraddich sagt G Gepard Da hat schon wieder einer Psst gesagt Ist hier jemand? Nein Halt die Schnauze Was haben die noch? Oh, sieke Gehäste Ich hatte die Puppe mehr weg Junge, es regnet Aber voll Krasch, Junge Aber zum Glück nichts Das hört man nicht von innen Was haben die noch gesagt? Nilpferd Hat auch ganz viele Haars Hi Was ist das noch? Lass dir mal nicht aus, Alter Was geht mit dir hier? Was gab es noch? Den Dackel natürlich Der Dackel ist mein Favorit Oh, cool Der hat das echt gemacht Der Leuchtturm da hinten Der dreht sich Und guck mal Ich glaube, der wirft Lichter auf das Haus Na? Nö Ah doch, da Oh ja, cool Ja, das finde ich doch mal nice Hinten da andere dran gedacht Nö Aber da sind wir ja andere Bürger Applaudieren wir einmal Oh Das kann doch nicht sein Da gibt es doch gar keine In diesem Zeitraum Da gibt es keine Seelgeschöpfe Wie kann man da Kann ich ja angehen Was ist denn jetzt damit? Komme ich da hin? Kann ich fliegen? Äh War das Boot vorher auch da? Ich bezweifle das Ja Ist da was drin? Oder kann ich da jetzt rennen? Ich weiß es nicht Ist hier ein Schlüssel? Ich würde hier ganz gerne Schlüssel haben Aber ich wünsche mir dann zum Blenden zum Kacken Weht sich das? Nö Ich kann da nicht hin Ich will da aber hin Guck mal, da ist ein riesiges Schiffel Ich will mir das noch mal angucken Ameno Vielleicht ist es auch die Bei diesem kleinen Kackdampfer Guck mal Hast du Kacke dabei? Da ist eine kleine Flansche Ich hab nichts gesehen Ach die Blitzen wahrscheinlich Da an dem Boden Äh Ausspekuliert Oh Hi Schön versteckt Liebe dein Dampfgeherr Kein Dampfgeherr Vielleicht jetzt endlich Jetzt kommen wir jetzt vielleicht Endlich mal in den Friedhof rein Alter Das wird doch mal richtig toll Denn auf den Friedhof Wollten ich schon lange mal drauf Ne Ich liebe Friedhöfe Krass Alter Mir platzt hier noch das Trommelfeld Was ist das? Aber ich dachte ich hätte die Liebe Da hinten gesehen Nämlich umarmen will Umarme mich Wo geht's denn jetzt weiter? Ich dachte das wäre ein Grabstein Vielleicht mal Grab Ich will mich ja nicht hinter verstecken Ich hab Angst Hallo Ich habe Angst Und ich bin doof Ey du so kleine Dein Klau Du nennst dich meins ohne was Es ist immer nur Angst und kannst in die Hosen Aber Papa Nicht schon wieder Nicht vor den ganzen Leuten Papa hör auf damit Hör jetzt mal du erstmal auf damit Ich muss nämlich Nicht schlutzen Das ist ganz komisch Was gerade bei der Kei abgibt Genau das passiert mal so viel Bier Aber wenn der Papa heute gar kein Bier getrunken hat Papa Du bist so peinlich Ich hol gleich die Mama Die verhaut dich wieder Nein Oh nein Du brauchst die Mama nicht zu holen Du brauchst die Mama nicht zu holen Wir haben hier kein Problem Papa Du bist kein Idi Das funktioniert nicht Wenn ich sage das funktioniert Dann funktioniert das auch Wenn du noch einmal was über meinen Sack sagst Hau ich dir die Eier breit Aber Papa Ich hab doch gar nichts über deinen Sack gesagt Das ist auch besser so Dann wäre es nämlich ordentlich schwul Wenn du das machen würdest Papa Du bist wieder so fies Bitte hör auf War da was? Nö Papa Papa Da war nix Halt jetzt die Bank Du Sammel Und ich sammle du Backen Das wäre irgendwie besser Ich hab keine Ahnung Der Arme ist ohne Mats Der Arme ist ohne Mats Pass auf Der holt gleich die Mama Die verprügelt den Papa Aber so richtig Die mounted den Und haut den so die Fresse ein Das ist Die mounted den Das klingt so Das klingt irgendwie pervers Pervers sexuell Sexuell pervers Wieder ein Alles wird rot Und es kreischt mir in die Ohren raub Nee Hier liegen ein Streiholz Oh nein Das wäre das Highlight der Folge gewesen Wenn jetzt die Mama gekommen wäre Und den Papa hier geplantet hätte So langsam bin ich mir sicher Dass Linda recht hat Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht Ich höre und sehe immer mehr Dinge Die ich nicht erklären kann Da kommt der jetzt drauf Jawoll Der ist der Beste Unser Player ist der Beste Der wurde wahrscheinlich von seiner Freundin geplantet Und die hat ihn verprügelt Der Beste Immer weiter drauf Wer sicher Jetzt ist er noch dümmer Guter Arme Wir sehen uns beim nächsten Mal Meine lieben Mounter Weiß ich nicht Mountainbike Fans Meine ich damit Haut rein Ich sollte in die Kamera reden Wurde ich sagen Nein Da ist ein Mikrofon Haut rein Und bis zum nächsten Mal Meine lieben Damen und Herren Wenn ich vielleicht weniger schreien werde Oder vielleicht auch mehr Wir werden sehen Wenn ihr Bock habt mehr von mir zu erfahren Dann guckt doch mal unten in den Fischmarkt Das ist die Beschreibung Da ist ein Link zu meiner Facebook Fanseite Da findet ihr einen möglichen Quatsch Den ich euch zu sagen habe Der euch vielleicht interessieren dürfte Und wenn nicht Könnt ihr die auch wieder Ungefailt nieren Oder Anti abonnieren Dann Dann sieht man davon nichts mehr Bis dann Haut rein Und ich höre mich immer noch doppelt ECHO Bis dann ECHO Ciao Das ECHO antwortet nicht Schade